Ich zeige euch heute den Aerobee Pro in der Ring-Version und da gibt es noch die Boomerang-Version. Den genauen Namen weiß ich jetzt gerade nicht. So sieht der aus. Es ist quasi eine Weiterentwicklung einer Frisbee, aber das Teil fliegt einfach viel geiler. Er fliegt viel weiter und kontrollierter. Der Frisbee hat ja immer die Tendenz, ein bisschen links oder rechts abzudriften. Und bei dem ist das nicht so. Ich versuche jetzt mal hier so einen Wurf zu machen. Und da sieht man es schon, der hat eine ganz coole Flugbahn. Das ist echt optimal. Ich bin jetzt leider alleine unterwegs, dann muss ich jetzt ein bisschen an und her laufen. Ich werde die Kamera gleich auf der anderen Seite mal aufstellen und in diese Richtung werfen. Das machen wir jetzt mal von hier unten aus. So. Und los geht's. Und los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank.